Moin Leute! Herzlich Willkommen zurück zu den Minecraft Mini Spielen! Ja, es geht weiter mit dem Minecraft Mini Spielen. Und ja, wir spielen heute ein bisschen 1 gegen 1 auf Team Mulia. Das ist aber natürlich in der Beschreibung. Jetzt geht's los. Okay, die Rüstung und Schärfe eines Steinschwert. Ich hoffe mal, dass wir das packen. Ja, müssen wir eigentlich. Kein Fallschaden, das ist schon mal gut. Und sonst noch ein sicheres Schwert. Dann geht's nochmal los. Draufhauen, draufhauen. Ja, komm, das war klar. 2,5 Herzen. Das erste Match ist gewonnen. Weiter geht's. Bogen, Heilungstrang, 10 Pfeile. Na ja, muss man mal gucken. Schauen wir mal GL. So. Da hinten. Leck. Ach, da hinten ist er jetzt. Ah, juckt mich aber nicht. Ich gewinne das trotzdem. Einmal schon einen kleinen Schlag. So, jetzt kommt die harte Kombo. Zack, zack. Guck mal hier, Kombo, ne? Zack. Bäm. Nochmal schnell den Heilungstrang genommen und dann durchgestartet. So, oh nee. Ist schon wieder so ein Trick. Wenn wir so ruppen, kann man sich nämlich wieder heilen. Das ist richtig behindert. Da sieht man es. Guck, 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 guck da. Das ist richtig behindert, weil die einen, die haben irgendwie so einen Trick, dass die richtig viel heilen können auf einmal. Ich kenne diesen Trick nicht. Und, ähm, ja. Nun gut, alles geht's. Ohne Mutter mit Rückstoß hat man auch nicht oft. Ein paar Pfeile und so ein behindertes Papier. So, erster Schuss verfehlt und jetzt weiter auch drin. Oh. Nee, nee. Nee, nee, mein Lieber. Das kriegst du nicht hin. Hä? Der ist doch durchs Feuer gelaufen. Nein. Oh, nein. Ein Falscher angestorben. Ein Falscher. Hallo? Oh, Mann, ey. Na gut. Wir kämpfen nochmal mit demselben Kipp gegen ihn. Hoffentlich schaffen wir dieses Mal. Ich bin nicht mehr so gut im Boden entbogen. Ich bin ziemlich nervös. Wenn noch einen einzigen Fall kommt, kriegen wir. Bam. So. Jetzt hat er schon mal viele Herzen verloren. Jetzt müsste er, muss immer so viele haben. Aber jetzt geht er in die Offensive. Jetzt haut er wieder ab. Ja gut. Einen Versuch hat er auf jeden Fall gehabt. Den hat er jetzt anscheinend versimmelt. Ähm. So. Ich kenne ihn trotzdem. Der haut immer mit seiner blöden Angel drauf. Ich nehme eine Abkürzung. Komm, ich hole den ein. Ja. Nochmal einen Schlag. Er hat einen Fallschaden bekommen. Der kann nicht mehr viel haben. Der schafft es aber immer, vor uns weg zu fahren. Komm schon, komm schon. Weg, weg, weg. Weglaufen. 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 Ja. Nochmal gehabt. Nochmal. Komm, das muss es doch sein. Nein, jetzt bin ich hängen geblieben. Nein. Komm. Bäm. Yes. Mit vollem Herzen. G. G. Meine Damen und Herren. Oder auch meine kleinen Zuschauer. So, das Kit ist irgendwie nicht geblendet. Ähm. TNT. Setze ich das schon allein? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich aber jetzt. Ich meine. Ich glaube, ich trink das einfach mal. Oh. Oh. Ich muss weg. Nein. Oh. Ich bin so dumm. Toll. Heilungsverbauer. Geil. Ähm. Ist jetzt trotzdem ein bisschen weiter weg. Er hat er nämlich nichts nicht gesehen. Warte. Hier. Da gehen wir jetzt nicht rein. Sondern wir kämpfen hier weiter. Gegen Eis-Mack-Zahnpasta. Und dann haben wir übrigens. Oh. Ach. Warte kommt der Kühlschrank. Ja. Ja. Er hatte noch zwei Herzen. Ist nicht viel. Aber trotzdem hat er nicht gehabt. Scheiße. Na gut. Ähm. Wir haben gar keinen Fall. Was macht voll Sinn. Ähm. So. Machen wir das mal so weg. Wenn wir zwei Heilungstränke. Die Rückstoß bringen wir uns eh nix. Ja. Wir sind tot. Ja. Wir sind tot. Wir sind tot. Komm schon. Komm schon. Er ist AFK. Komm. Komm schon Baby. Jetzt mach. Mach mal mal. Bam. Auf und drauf. Und. Oh. Kombo des Todes. Da haben wir ihn. So. Neues Kit. Neues Glück. Ähm. Das wäre jetzt der Kit, das ich hier gesehen habe. Ich bin aber nicht mal so gut im Bogen. Es liegt daran, dass ich sehr nervös bin. Sonst bin ich mal richtige Pro im Bogen. Das merkt man. Das kennt ihr eigentlich auch schon von mir. Nur. Ich unterschätze es gerade hier die ganze Zeit. So. Ne. Ich muss mich nicht an. Kann es sein, dass der Bogen null Herzen schaden macht? Aber ich verliere mal nur so ein halbes Herz. Die Oberpower muss ja nicht Rüstung sein. Und wie scheiße der Bogen. Ist ja wahrscheinlich nur ein Halbbarkeit drei Bogen. Aber egal. Das kriegen wir hin. Das müssen wir nur hin kriegen. Nein. 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 Ver... Nein. Nein. Ver... Verboten. Verboten. Gesetzbruch. Gesetzbruch. Nicht erlaubt. Oh Gott. Ich brauche anderthalb Herzen. Scheiße. Oh scheiße. Zwei Herzen. Das kriegen wir nicht mehr hin. Aber der ist doch irgendwie zu dumm uns zu töten. Ich glaube der weiß gar nicht, dass er nur noch zwei Herzen haben. Der wahrscheinlich hätte selber auch genau dieselbe Anzahl. Und deswegen geht er nicht so offensichtlich. Aber der Bogen macht leider keinen Schaden. Bro. Komm schon. Jetzt. Jetzt. Die Heizweck haben zu brennen. Was macht? Nein. Oh, wir sind tot. Scheiße. Scheiße. Ey, ich muss ihn nur offensiv mitgehen, sonst dauert der Kampf wieder die Haare. So, haben wir mal getroffen. Vorbei. Vorbeilaufen. Er trifft uns nicht. Er trifft uns nicht. Jetzt drauf. Nein. Er hat uns ja... 4,5 Herzen. Wir brauchen jetzt mal überlegen. Das lag aber auch daran, dass... Ähm... Gerade nicht so gut im Bogen bin. So ein kleiner Leck. Glaube ich mal. Ne. Doch nicht. Kein Fallschaden. Auf jeden Fall Hunger. Scheiße. Nein. Die verkriegt sich. Komm jetzt. Ich schaffe auf jeden Fall. Oder doch nicht. Nein. 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 Oh, nein. Ich dummkopf. Nein, geil. Ähm. Er hat gerade MCX-Bot geschrieben. Ich glaube der ist nicht dabei. Ähm. Ne. Ist nicht da. Schau mal mit meinem MC. Ne. Also. Alles gut. Aber. Das kann wirklich sein. Weil MCX-Bot ist. Inhaber dieses Servers. Und ähm. Das kann doch wirklich sein. So. Und nochmal ein kleines Bogenduell. Haben wir zwei Herzen extra. Ich nehme den goldenen Apfel schon immer direkt. Direkt. Weil dieses Regeneration. Juckt mich nicht. Ähm. Und direkt zwei Herzen mehr zu haben. Ist für mich wichtiger als. So. Quasi eine Regeneration. So. Stigi. Ich weiß, dass du es nicht bist. Aber. Bam. Wollte ich mal sagen. Jetzt. Tot. Tot. Yes. Gets. Down. So. Nächste Warterschlange. Das ist glaube ich das Anfangskit. Ein bisschen verschoben. Ähm. Auf jeden Fall immer dieselbe Map. Aber nicht derselbe Spiele. Es kann sein, dass wir das hier verlieren. Ach. Ersten frei. Ersten Trank vorhauen. Ich guck mal, ob ich näher an ihn rankomm. Aber der bleibt defensiv. Komm schon. Zack. Neen. Mach it. Oh. Jung. Ähm. Verschläge sich den ganzen ganzen Baum. Guck mal heraus. Da hast du mich gedrückt. Jetzt muss ich drauf. Jetzt muss ich drauf. Sonst sterbe ich noch. So ein Zeug. Komm. Fang an zu brennen. Yes. Komm. Heil mich. Ja. Danke. Heilungstrank. Kann es schaffen. Jetzt. 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 Es muss doch da sein. Ja. Setz Feuer hin. Du bist jetzt eh tot. Yes. Gut. Nächste Runde. Nochmal dasselbe Kit. Jetzt. Der nächste Spieler. Ah. Nicht getroffen. Du bekommst auf jeden Fall der Falsschaden. Es gibt keine einzige Einstellung. Ähm. Ist wohl. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Hat genau das nachgemacht, was ich gemacht habe. Nur besser. Aber ich hau das trotzdem raus. Ja. Vergiftungsfang. Bam. Komplett getroffen. Komm. Das muss es sein. Ja. Der ist down. Yes. Nochmal ein Schuss. Yes. Da ist er. Tod. Und ja. Meine Lieben. Das war's mit Minecraft Minispiele 9 Ausgabe. Ja. Das war's. Bis dahin. Ne. Tschau.